Die Grünen haben diese Frage also geklärt. In der Union ist das Ringen um die Kanzlerkandidatur dagegen noch in vollem Gange. Ein Treffen der beiden Anwärter Laschet und Söder gestern Abend war offenbar ohne Ergebnis geblieben. In einer Stellungnahme am Mittag machte CSU-Chef Söder deutlich, dass die Entscheidung innerhalb der Schwesterpartei CDU getroffen werden müsse. Laut CDU-Chef Laschet soll eine weitere Vorstandssitzung am Abend Klarheit bringen. Das Ziel ist, dass die Union diese Bundestagswahl gewinnt. Und das geht nur mit viel Gemeinsamkeit und viel gemeinsamem Kontakt, mit einem gemeinsamen Wahlprogramm und einer gemeinsamen Person als Kanzlerkandidat. Und wie wir da hinkommen, das werden wir heute Abend im Bundesvorstand beraten. Ich werde einen Vorschlag unterbreiten und ich hoffe, dass wir dann sehr schnell in dieser Woche zu den erforderlichen Entscheidungen kommen. Ich sage auszüglich, wir als CSU und auch ich, wir respektieren jede Entscheidung. Meine Bereitschaft war und ist immer ein Angebot. Ein Angebot zur Unterstützung. Ein Angebot für unser Land und für die Union, einen wichtigen, vielleicht den zentralen Beitrag zu leisten, um am Ende erfolgreich zu sein. Aber die Entscheidung darüber, ob dieses Angebot angenommen werden kann oder nicht, das kann nur die CDU letztlich treffen. Sie ist die größere Schwester, das wird sie auch immer bleiben. In Berlin ist jetzt Tina Hassel. Frau Hassel, dieses geplante Treffen der CDU nachher um 18 Uhr in Berlin. Was soll das werden? Was ist davon zu erwarten? Ja, mit Sicherheit wird das eine ganz, ganz spannende Sondervorstandssitzung. Es wird ein Stimmungsbild geben, ob der Vorstand hinter Armin Laschet steht und wie deutlich, ob es mehr werden könnte, ob möglicherweise durchgezählt wird, diesmal ein Beschluss wirklich herbeigeführt wird. Das wissen wir noch nicht. Aber es ist ganz klar, dass im Moment viel telefoniert wird, haben wir gehört. Da werden Vorstände abtelefoniert, um zu hören, wie die sich positionieren und ob möglicherweise die Laschet-Fans oder die Söder-Fans auch jetzt wieder etwas leiser werden, wo Herr Söder selber, so wie es wirkt, auf dem geordneten Rückzug ist. Wenn Sie die Stimmungen, wenn Sie die Aussagen von heute bewerten, hat dann Laschet überhaupt noch eine Chance? Nun, zumindest kann man sagen, ist die Entscheidung wieder zurück in die Hand der Partei gelegt. Die Kampfabstimmung in der Fraktion scheint abgewendet zu sein. Und noch stehen alle lautstarken, großen Unterstützer ja hinter Herrn Laschet. Insofern schwingt das Pendel wieder etwas zurück. Aber an der Basis, da ist eben in sehr, sehr vielen Landesverbänden die Stimmung pro Söder. Und deshalb ist das längst auch zu einer Auseinandersetzung zwischen Parteiführung und Parteibasis geworden. Und wie das zusammengefasst werden kann, das ist ganz, ganz schwer abzusehen. Und auch unklar ist, wenn es heute ein Bild gäbe, 70-30 zum Beispiel, würde das dann Markus Söder genügen? Oder würde er dann doch wieder sagen, ja, aber das reicht noch nicht? Also das Pendel schwingt wieder zurück, die Partei hat übernommen. Es könnte wieder pro Armin Laschet ausgehen, aber sicher ist das noch nicht. Tina Hassel aus Berlin, herzlichen Dank.